Ich will ja, dass mein Chauffeur auch ordentlich aussieht, ne? Drück mal jetzt da drauf, Nidhi, jetzt hör auf. Ich schneide das eh raus. Nein. Und wenn ihr es lesen könnt, ich bin die Wehrs. Ey, Ozark, mach mal die Tür zu, es zieht. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim Ozark zu einem weiteren Männervlog bei mir auf dem Kanal. Wie ihr seht, hat es wieder irgendwie geschneit. Und da unten steht ein rotes Auto. Und damit möchte ich euch begrüßen in diesem Video. Es ist 6.45 Uhr und ich hatte mal überlegt, ich zeige euch mal die Gassi-Runde von der Aioli, wo wir immer so lang laufen, weil die möchte jetzt raus. Wollen wir Gassi gehen? Oh ja, wir wollen Gassi gehen. Oh, die hat einen jetzt geweckt und ich möchte die ganze Zeit gestreichelt werden. Und jetzt will sie aber raus. Und ich zeige euch mal die krasse Wiese, wo ich immer mit ihr morgens so lang laufe. und wo eventuell, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auch dann die Walpurgisnacht und das Walpurgisfest bei uns hier in Harzgerode 7. Felde stattfinden wird. Und da würde ich sagen, gehen wir mal hin. So, ihr seht das, ich bin nun reinkommen, ich muss ja Schuhe anziehen. Ich habe mir eure Jacke noch angezogen. Ey, Osorg, wach mal die Tür zu, es zieht. So, gehen wir mal raus. Ja, die Aioli, sie ist immer besonders aktiv. Also morgens sind wir, wie gesagt, so mal kurz nach sechs. Oh, zieht doch nicht so Hund. Aioli, komm mal mit. Und unsere Kräuterhexe ist auch krass eingeschneit. Wie gesagt, die wurde übelst gefeiert. Also es war ja sehr lustig. Und ich war gestern hier, also im Gartenzaun, kam einer von der DHL, von Amazon, so ein Lieferant. Und der fragte dann so, yo, was ist denn das eigentlich mit den ganzen Hexen hier in der Umgebung? Und was hat denn das hier mit sich auf sich? Ich sag so, na ja, ich wohle jetzt auch noch nicht so lange hier, aber das ist im Harz, ist das so ein Kult der Walpurgisnacht und Hexentanzplatz und ja, sowas halt alles. Und da drüben ist auch so der Teufel. Ach, das wollte ich euch noch zeigen. Das hat mir auf Instagram bereits gezeigt. Jetzt muss ich aber warten, bis das Auto da vorbei ist. Weil die Leute, die nehmen sich hier nicht so viel. Die nehmen das Ganze nicht so ernst. Also was so bestimmte Themen angeht, weil die halt wissen, wie unsinnig und verrückt das Ganze ist. So, gehen wir mal rüber. Da vorne ist nämlich der Hexenteufel hier. Und wenn ihr es lesen könnt, ich bin die Wehrs. Das ist schon sehr lustig. Ihr kennt es ja, aus Berlin hatten wir ja, haben wir so viele verrückte Leute und alles. Und ja, hier bei uns im Harz ist es jetzt halt so, dass es ein bisschen weniger verrückt ist. So, da vorne ist die große Wiese. Ich laufe mal hin. Also es ist wirklich hier, ihr seht schon, nicht ganz so weit entfernt. Ja, es ist ja nicht schön viel Verkehr hier morgens. Fahren ja alle Leute durch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Die Bundesstraße B242 ist das ja, glaube ich. Und ja, die Moral von der Geschichte, gelbem Schnee, den isst man nicht. Und guck mal, hier ist die Hexe zum Beispiel im, ja, in dem Ding drinne. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also an diesem Strauchbusch hier. Und Ayodi hat die Hexe schon ein paar Mal gesehen. Aber am Anfang hat sie sich jedes Mal erschreckt. Warum denn hier so ein Kopf da unten rauskommt, da die Füße. Aber es ist halt auch eine geniale Idee, muss man sagen. Also kann man ja feiern. So halt, die Hexe steckt im Busch drin. Finde ich schon lustig. Und hier ist, wie gesagt, die große Wiese. Und dann laufe ich mit der Ayodi immer so die Runde, sage ich jetzt mal, dass wir hier so einmal rundherum laufen. Dann kommen wir von hinten wieder an unser Grundstück ran, wo der große Zaun ist und halt unsere große Aufbauwiese. Und ihr seht es ja hier, Falken fliegen hier rum und Vögel und dann hier ist Marder und Fuchs habe ich auch schon gesehen. Das ist halt schon krass immer. Also ich kann euch nur sagen, ich vermisse Berlin gar kein bisschen. Berlin ist so scheiße und so unangenehm, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Wir laufen gerade über das Feld und ihr seht schon, extrem hoch das Gras und man läuft hier einfach durch den Schnee und den Matschepatsch und da hinten, das zweite Feld, das ist die Wiese, wo immer die drei Kühe und das Pferd von den Nachbarn da hinten. Ich weiß gar nicht, welcher Nachbar das ist. Ja, dort halt wohnt. Und jetzt sind wir halt schon wieder bei uns am Grundstück hier hinten. Der ganze Zaun, dieser Gammelzaun, kann man ja so sagen, der gehört ja uns. Und die Mira hat das ja schon erwähnt gehabt, die haben ja jetzt den Auftrag für die Solaranlage gestellt, dass wir unser Solar oben auf das Dach rauf kriegen. Und als zweite Idee ist es ja so, dass wir dieser Zaun, der muss ja erneuert werden, das seht ihr ja, der ist ja hier so scheiße. Und wir werden das so machen, dass wir diesen Zaun, es gab auf TikTok oder auf Insta oder sonst wo, so einen Typen, der hat so einen Solarzaun gebaut und wir bauen dem das nach. Der hat das auch ganz gut erklärt und so eine Anleitung gebastelt dafür, denn ein Zaunmodul normaler Metallzaun bei Hagebaumarkt, ich weiß gar nicht, ob die Mira das schon erwähnt hatte, der kostet, wenn man so ein so ein Modul hat, wir haben jetzt hier diesen Steckel und dann kommt dazwischen ein so ein Modul, sage ich jetzt mal, oder ein halbes Pass dazwischen, muss man zwei Module kaufen von Hagebaumarkt, weil die müssen ja auch ein bisschen hoch sein, weil die sind genau, die sind 1,70 Meter hoch und 1,10 Meter breit, das heißt also ungefähr die Hälfte ist das halbiert und da kostet aber ein so ein Modul halt 70 Euro im Hagebaumarkt, da können wir halt auch stattdessen Solarpaneele kaufen und die dann mit an mit einem langen Kabel und Wechselrichterverbesserung an unsere Dachsolaranlage anbringen. Das haben wir schon geplant und haben wir nachgefragt bei unserem Solarelektromann, ob man das machen kann und der sagt so, ja, ja, kein Problem, also erweiterbar ist die ist die Anlage natürlich und das ist natürlich extrem geil und wenn man sich so überlegt, hey, wir machen diesen ganzen Zaun hier, das ganze, ihr seht ja, das geht bis zu meiner Hüfte hier, ja, das ist jetzt nicht so hoch, ja, dann ist das natürlich geil, weil erstens hat man damit ein bisschen mehr Blickschutz nach hinten raus, also zum Feld und an zweiter Stelle kriegt man damit nochmal extrem viel, äh, Hundi, geh mal rein, los, Aioli, geh mal rein, los, ja, rein, 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 ja, prima, ja, prima, damit kriegen wir ja nochmal extrem viel extra Strom rein ins Netz, erhöhen damit die Einspeisungsrückzahlung und vor allen Dingen können wir dann später auch nochmal einen größeren Speicher kaufen, mit dem wir dann unseren Strom autark selber verwenden können, was natürlich noch günstiger ist und dann gab es wieder so ein Klugscheißer in den Kommentaren bei Mira auf dem Video, das haben wir da auch schon mal besprochen oder beziehungsweise schon mal ausgerechnet, wir sind ja nicht dumm, also ich auf jeden Fall bin nicht so dumm, wir haben es ja durchgerechnet, ähm, man hat ja, weil wir ja jetzt die Wärmepumpe mit der Förderung bekommen und die Solaranlage selber bezahlen, da haben wir natürlich, äh, Kosten, die erstmal relativ hoch erscheinen, aber die sind natürlich auf mehrere Jahre gestaffelt, sag ich jetzt mal, äh, wir holen uns ja jetzt auch einen Energie- und Finanzierung, also einen Energiefinanzierungskredit von der Bank, weil das wird aktuell ja auch gefördert und, äh, da kriegen wir dann niedrige Zinsen, so, wenn man jetzt alles im, allen nimmt im Durchschnitt 2%, das ist schon sehr guter Zinssatz, ja, und, äh, da ist es dann ja so, wir zahlen ungefähr im Monat dann für unseren Kredit, ich habe jetzt mal die Berechnungszettel gesehen, die hat mir der Schwäbische Heilmann zugesendet, ja, so zwischen 400 und 600 Euro, aber für alles dann, dann ist nämlich die Wärmepumpe, die Solaranlage oben und auch der Solarzaun unten mit drin, sag ich jetzt mal, und da ist es dann aber so, wir haben ja einen Stromverbrauch mit der Wärmepumpe, von circa, jetzt müsst ihr das mal so aufschreiben, damit die Mathematik dahinter versteht, so, um die 12.000 kWh, vielleicht auch 13.000, ja, wenn ihr jetzt mal die 13.000 Kilowattstunden mal dem aktuellen Durchschnitts- Strompreis nimmst, der liegt ungefähr bei, äh, ja, 35 Cent, bei manchen regional ein bisschen niedriger, bei manchen regional ein bisschen höher, dann kommst du so auf einen Jahresverbrauch, also bei 13.000 von, ja, ungefähr, ich würde so sagen, 3.000 bis 4.000 Euro, ja, die du, also müsst ihr mal ausrechnen, 3.000 bis 4.000 Euro, äh, muss man an Strom bezahlen, damit ist dann aber alles abgedeckt, auch die Heizung, auch die Warmwasseraufbereitung, und wir haben ja Spanier mit der erzeugten Strom diese 4.000 Euro und dann kann man sich das ja selber an der Hand abzählen und durchrechnen, wenn ich einen Kredit habe von 25.000 Euro und ich jedes Jahr 4.000 bis 4.500 Euro spare, durch den Strom, den ich selber erzeuge, vielleicht sogar noch, äh, weil ich mehr Strom produziere, als ich verbrauche, einspeise. Dann bin ich nach 6 Jahren, spätestens 7 Jahren, amortisiert, das heißt, danach hat sich die Anlage selbst refinanziert und ab dem 7. Jahr habe ich keine Kosten mehr. Es ist überklug, also jeder, der was anderes erzählt, deswegen machen ja alle Solar- und Wärmepumpe, weil es Sinn macht, weil es halt nicht dumm ist. Ich war im Homeoffice und es ist schon später Nachmittag, die Mira hat in ihrem Vlog gezeigt, wie wir gerade eben gemeinsam alle im Hallenbad in Harz-Grode gewesen sind, das war sehr spannend, deswegen sehen auch meine Haare so aus und ich muss euch noch was erzählen, das kann sich auch wieder nicht ausdenken, ich war ja, wie gesagt, heute im Homeoffice und so gegen 11.30, 11.45 klingelt das plötzlich an der Tür und ich denke mir so, hä, ja, wer kann denn das sein? Ja, hallo, hier, ich bin so die Nachbarin aus der Umgebung, ich habe gesehen, so von einer Freundin gehört, die hat über das Internet gesehen, dass ihr dort irgendwie Umzugskartons, so Bananenkartons verschenkt. Ich bin so komplett perplex, ich sage so, ja, kann sein, dass das die Anita gemacht hat, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Sachen liegen. Also, ja, ich melde mich heute nach, Mittag mal. Das wäre jetzt sozusagen unsere nächste Aufgabe, dass wir mal zur Nachbarin rübergehen und dann nochmal nachfragen, aber da jetzt gerade wir aus dem Hallenbad gekommen sind und eigentlich ich ganz fresh aussehe oder so, können mir meine Haare geschnitten werden und da habe ich nämlich eine super Friseurin hier, die uns hier unterstützt. Die sitzt da unten, das ist Anita. Wo ist sie denn? Hallo? Ich bin auch eine super Friseurin. Ja, und der Hund. Kannst du meinen Fußfilm für Fußcontent? Nein, ich bin wirklich auf die Fresse gefahren. Möchtest du meine Wunde sehen? Ja, zeig mal. Und mein Fuß, die tut auch weh. Hier an der Seite. Hattig muss ich richtig runterziehen. Hier. Und Anita ist vorhin die Treppe runtergestürzt, weil der Hund abhauen wollte. Der ist raus hier ran, ohne Leine und dann mussten wir ihn einfangen und sie ist in der Herne so auf der Treppe ausgerutscht, leider. Und hat sich weh getan. Sophie? Die füllen sich die Haare. Achso. Das ist sehr gut. Ja. Also Sophie ist sehr guter Ding und hat gesagt, sie ist bereit, mir meine Haare zu schneiden. Da freue ich mich sehr drüber, denn sie ist eine super gute Frisöse. Das habt ihr schon mal auf dem Kanal bei mir oder bei der Mira gesehen und da bin ich ihr sehr dankbar. Und bevor ich keine gute Frisur habe, traue ich mich auch nicht zur Nachbarin rüber. Was sagen Sie dazu? Unangenehm. Mir ist doch egal, wie du aus schaust. Das ist richtig, aber mit einer guten Frisur sieht man besser aus, habe ich gehört. Das stimmt. Finde ich sehr gut. Können Sie mal in mein Video winken, bitte? Hallo? Hallo! Super, danke schön. Während der Hund angelaufen kommt. Herkulina. Ja. Ich werde hier jetzt frisiert. Ich finde das sehr gut. Was sagen Sie denn dazu? Naja, jetzt siehst du nicht mehr aus wie ein Mädchen. So lange Haare hatte ich jetzt doch nicht gehabt. Wo sind deine Warze nochmal an, die eklige? Oben rechts auf der Ecke. Hat man die eigentlich schon mal in meinem Video gesehen? Weiß ich nicht. Das ist ein dicker Leberfleck, aber du sagst dazu mal die Warze. Du hast auch einen Trippelnippel. Ich habe keinen Trippelnippel. Finde ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht so... Wenn du eine Frau wärst, könntest du Drillinge damit streiten. Ja. Muss mein Gesicht zu nah dran sein? Ich weiß nicht, ob du... Ich bin ganz lustig. Ich weiß nicht, wie... Kannst du mal die Zunge so ein bisschen rausstecken? So? Ne, ne, nur so ein bisschen. Ja. Ich denke, ich muss das schneiden. Es ist besonders klug heute wieder die Szene. Dankeschön. Bitteschön. So viel stört ich dich bei deiner Arbeit. Bitte schön, aber... Kein Problem, stört mich nicht. So, ne, vielen Dank, dass du aus ihm wieder einen Menschen machst. Na klar, gerne. Ich möchte anmerken, wenn ich mir eine Hand hier entlegge. Seht ihr das? Der Hund, der möchte weiter gestreicht werden. Aber ich habe jetzt hier eine Frisur. Ich hoffe, euch gefällt es. Könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die so viele super Frisur... Hast du gerade Bewegungen hinter mir? Achso, ich dachte, du hast jetzt Rasenbücher gemacht. Ja, genau. Lass mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Und wir gehen jetzt noch zur Nachbarin rüber. Da werden wir rausfinden, welche Kartons sie jetzt haben wollte. Filmst du sie sich mal bitte selber? Filmst du mal nicht die Füße? Und hier die Wolle können sie auch mal filmen. Oha, wie viel ist denn da runter? Komm eigentlich. Das weiß ich gar nicht. Viel. Sehr gut. Warum ist der Hund jetzt dazwischen? Sehr gut. Geben sie mal her bitte. Ja, also, ich kann nur sagen, sieht gut aus. Vielen Dank, Sophie. Geben sie mal her bitte. Robert's got a quick hand. He won't look around the room. He won't tell you his plans. Got a road cigarette. Hanging out his mouth. He's the cowboy kid. Jeff found a sick shooter gun. He'll be right back. so es ist der nächste tag wir waren ja mein nachbar doch das habt ihr in der letzten zähne gesehen heute ist jetzt freitag ich bin nicht so viel was hältst du denn davon ja genau also alle leute die miss maffin make up noch nicht abonniert haben wir auf youtube geht jetzt mal wieder auf den kanal und macht lasst aber ein abo da und like und schreibt einen kommentar nicht wahr ist gut ja sehr gut ja wir gehen jetzt runter denn eigentlich wollte jetzt der ebay kleinanzeigenmann kommen der wollte die werkbank kaufen die wir eingestellt hatten ich hatte euch ja schon informiert wir haben auf ebay kleinanzeigen ganz viele neue anzeigen wieder online gestellt bedingen die wir verkaufen und mir hatte die auch schon mal gezeigt der hund flippt hier die ganze zeit aus der rente hinterher aber der darf jetzt nicht mit raus juli geh mal hier rein stopp bleibt bleibt nein nein freulein bleiben sie das problem ist ja nicht die tür auf machen die rüber hüpfen will dann könnte sie nämlich abfrauen aber nein diesmal ich bleib glück gehabt ich wollte euch das jetzt nämlich noch zeigen wir hatten jetzt nämlich mit das war letzte woche wir haben euch ja schon wirklich auf dem ferien wohnen harz kanal haben wir euch ja schon abgeholt und haben euch schon viel gezeigt und hier ist es heute diese große werkbank halt loszuwerden die ist halt noch hier und die leiter dazu die sieht wie lang die ist und die leute die jetzt da waren von ebay kleinanzeigen die haben halt gesagt jo wir würden die gerne haben wollen und da sage ich natürlich nicht nein und die hatten sich jetzt schon heute nachmittag angekündigt und ich hatte so geschrieben so ab 14 30 bis hause 15 uhr ja und da haben wir jetzt nicht gleich die uhrzeit und ich hoffe dass die dann einfach gleich da sind und das mitnehmen großen transporter werden wir aber dann gleich erfahren und sehen und wenn sie weg ist ist weg ansonsten kann ich vielleicht auch noch ja was filmen von oben aus dem fenster da soll wenn er sehen wenn die einpacken oder guten tag hallo So, genau. Ihr habt jetzt gesagt, ihr wolltet die Leiter dann auch haben, dann oder nicht? Nee, dann nicht, denn so die Bergwand. Okay. Nein, die wollen dann doch nicht haben. Dann sind 200. Das ist deine Dickeleiter. Kannst du dann verwenden, wenn du möchtest. Das ist doch super, wenn man das wieder nach Verlegen macht. Soll ich ihn mal anpacken? Okay. Soll ich ihn mal anpacken? Warte mal, an den Hebel. Soll ich ihn mal anpacken? Soll ich ihn mal anpacken ansonsten? Das Ding wiegt ja massiv viel. Das ist ja so. Ja, ich glaube noch ein Stückchen weiter, bis nach vorne an den Cola-Kasten rein. Wenn man Cola-Kasten überseite hat, dann kriegt man es komplett rein, glaube ich. Ja. Ja, geil. Ja. 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 Ich wünsche viel Freude damit. Und hoffe, dass er das auch aufbreiten kann, dass er damit was anfangen kann. Und das ist halt nicht... Ja. Das ist nur die Beine. Ja, und das ließ sich jetzt auseinanderbauen ohne Probleme, ist nicht zerbrochen und nicht kaputt gegangen. Ließ sich einfach zusammenstecken. Wenn man es, glaube ich, nochmal fixieren möchte. Dann passt dieser Platz, dann lege ich raus und dann kannst du kommen. Ah, das ist ja schön. Gezapft. Und dann hat er die solche Geräte noch mal? Alle drin. Aber alle sind in der Tüte drin. Die dürft ihr nicht vergessen. Nee. Die dürft ihr nicht vergessen. So, jetzt weiß ich nicht, wie doll das wieder wackelt, weil ich ja mit der Hand und dem Handy filmen muss. Es ist einfach so, wie es ist. Die GoPro ist leider voll die Speicherkarte von der Kleinen. Und wir sind jetzt heute noch... Ich weiß nicht, was ihr beim Verkauf von der Bergbank noch mitbekommen habt. Ich hoffe, so viel wie möglich. Wir sind jetzt nochmal an die Selke gefahren. An den großen Fluss mit dem geilen Wasserfall. Denn Mira und Sophie, wink mal zu mir rüber, bitte. Dankeschön. Der Hund ist auch da. Wir wollen jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ausflug machen, denn es ist strahlender Sonnenschein im Harz, im schönsten Bundesland Deutschlands, in Sachsen-Anhalt. Okay, Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Und wir haben ja hier das Harzgebirge. Ich glaube, man sieht es. Ich habe keinen Weitwinkel in der Kamera, deswegen weiß ich es auch wirklich nicht, ob man es jetzt so gut erkennen kann. Aber ich würde sagen, hier, Frau Baurer, nehmen Sie mal mein Handy, bitte. Filmen Sie mich mal weiter. Ja. Und ich möchte jetzt nämlich noch ein Ende machen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben dalassen würdet. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, gerne kostenfrei den Kanal abonnieren. Dann seht ihr noch mehr Männervlogs, mehr aus dem Harz, mehr von mir, mehr Gründe. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Osser. Ciao. Ciao.